hallo youtube ich grüße euch zu einer neuen runde deep rock galactic mit der frank und den die hallo also der frank ist heute wieder ein bisschen leise keine ahnung warum gerade schon gefragt ob er richtig vor mikro sitzt aber jetzt wieder plötzlich lauter ich weiß ja ich glaube die ausrüstung hat man beim letzten mal nachgeschaut für euch vielleicht mal zur info wir sind ja jetzt in der neuen aufnahme und ja mal gucken dass wir wieder reinkommen ist jetzt nicht ganz so lange her paar tage nur 234 was kann ich ja so die die ist gerade erst aufgestanden ihr müsst seine stimme verzeihen stimmt überhaupt nicht ich bin schon seit drei stunden wach hört sich schon du hast die du hast dich so richtig so bin gerade wach geworden an ich bin seit über drei stunden wach unterstellt wir sind im pilzmor oder warte mal können wir da auch hin schon strahlende strata oh ja da können wir auch schon hin das ist ja ein anderes gebiet hier oder ja hier ist aber alles so rot ne da können wir wiege des sonderlings machen ne ich meine die hintergrund der hintergrund ist so rot ja das ist aber bei dingens auch bei den pilzlanden ja bei seitz gehoben ach so da auch okay das ist gut land der untiefe berge zwei mules tötet zehn vollen ist für interessant haben wir noch nicht gehabt sondern so eine töte mission und hier hätten wir sammelt 225 mokit und tötet zehn vollen ist für jetzt haben wir dann mal ins neue biome kann man machen oder dann mal rein da gefahren stufe 2 ok es gibt grüne grüne und die ender endorpel die grüne kristall und die endorpel muss man drauf die grünen die dann glaube ich einfach so irgendwo oder die haben geleuchtet oder durch die wand weiß es gerade gar nicht mehr die endorpel mussten ja ausbuddeln und ich meine die grüne waren so grün am leuchten durch die wand die lilanen die lagen einfach so rum ja ich bin immer noch erkältet irgendjemand anders stinkt heute die die schicken euch tief runter seid also auf der hut die scanner weisen auf besondere reiche morkit und goldadern hin bringt es so hoch jungs alles klar schon irgendwas interessantes gesehen ich habe schon vorhin das floh getötet er ist hier rum geflogen sind auch nicht besonders stark der hat ganz kurz feuer drauf gehauen und da war er tot nach die hauen aber ab hier sieht es aber auch so ein bisschen nach vor laut aus so also nicht das spiel sondern der vorlaut hier ist inaktives uran dann nehmen wir das doch jeder kriegt man aber nichts von ja okay dann braucht man kein inaktives uran ich hatte das so viel mit dem weniger schallfaden falsche schallfaden genau dann merke ich hier unseren kumpel dabei das war hier schon durch oder aber wir waren sonst nichts mehr noch eine kiste ist das kiste was eine kiste was denn für eine kiste okay jetzt muss ich hier einfach dieses dieses gott jetzt muss ich mir auch noch anstrengend um das zu hacken ich muss hier dieses spiel spielen dieses flappy bird spiel was was in der spieler ja dann war es wenn es drauf ankommt dann kann ich sowas aber nicht wenn es einfach nur für spaß ist weil ich finde solche spiele machen gar keinen spaß ich habe jetzt irgendwas ausgerüstet jetpack doppelte lehrtaste drücken oh mein gott wie gut ich grabe mal aber es ist es ist endlich ne oder es kühlt sich wieder ab ach so okay ich dachte das ding hat einfach treibstoff der auch irgendwann weg ist wie geil jetzt haben wir einfach ein jetpack okay ja dann ich glaube es gibt nur ein weg haben wir genug mit drauf für den dingen noch nicht 20 oder 30 oder so was 21 betonung war auf da das ist ja hier recht ruhig alles und da ist ein gegner der hochkommt ich habe ja auch noch neue granaten fällt mir gerade ein die musik auf jeden fall ausprobieren also endlich mal granaten die was bringen also im granatensinne ok dann kann ich buddeln hier unten geht es durch ja wo war das nitrak äh da steht gerade keiner auf der anderen seite kann das mal wer markieren wo ich weiß dass ich weiß wo ich runtergraben muss was das markiert unter mir irgendwo ach so ja aber wir haben noch ein jetpack ja oder mit plattform geht auch ich hätte sonst einfach runter gegraben hier abgefahrene bäume hier ok mein markiert ist voll ich mach mal alles raus ja komm juli hier Wie kommt da klar oder? Ich weiß nicht was passiert da gerade bei euch so. Ich loote nur. Ich bin theoretisch jetzt auch auf der Wand. Hier könnte man weiter. Das ist das hier. Ja. Wie war es auf der anderen Seite? Waren wir da? Haben wir da schon alles nachgeguckt? Da war halt ein Tunnel. Da ist jetzt die Frage wo geht man hin? Egal. Erst mal den Tunnel lang gehen weil der ist ja jetzt aktuell noch nicht auf der Karte. Der Weg hier ist ja jetzt auf der Karte markiert quasi. Ich bin jetzt hier oben den. Ich weiß auch nicht was war denn in dem Tunnel hier unten in dem Graben da unten. Hat du meinst da auch hin? Ich würde auf jeden Fall mal reingraben damit das damit der Weg auf Karte ist. Dann wissen wir später dass wir hier nochmal hin müssen. Ja. Naja wenn wir jetzt eh hier sind können wir ja auch durchgehen. Ah ok. Hier ist auch direkt so ein grüner Kristall. Ich mag grüne Kristalle. Das ist direkt wegsafe mir. Was ist das? Walzsterne. Ah na. Nitra. Ganz schön weitläufig hier. Großer Böser. Leid ihr so weit? Ja. Was ist der Dicke denn jetzt hin? Was ist der Dicke denn jetzt hin? Was ist der Dicke? Ja unter Dicke. Ich hänge unter Dicke. Ich hänge unter Dicke. Komm nicht so warte ich schieße drauf. Wer kann jetzt einfach vor den Weg fliegen. Das ist super gut. Der Dicke. Der Dicke. Und jetzt ein Tricks. Wir sehen uns. Und jetzt ein Tricks. Wir sehen uns. Das sind wir denn jetzt hier. wo sind meine türme geblieben das vorhin ganz schön ruhig hier so lange waren wir noch nie hier ist auch noch einer frank zu mir geschossen nämlich der letzten oder wir können ja erst mal warten vielleicht brauchen wir hier gibt es gold und mit Anker ist noch mal ein paar Lichter für oben an der Decke Da ist Gold, da bräuchte ich eine Plattform Was passiert eigentlich mit den Plattformen? Ok Wenn sie keinen Halt mehr haben Aber ja, die Physik Wie kannst du dich durchbuddeln, Hidi? Ja, lassen wir hier grad noch kurz was ein, dann komm ich Ey, also Jetpack könnten wir von mir aus immer haben Ja So, wir sind von da gekommen Oder liegt mal Stoff auf dem Boden Das ist ein Flo Bist du jetzt weitergegangen? Nee, hier ist ein Flo Da Hab ihn Geht's hier lang? Ist das hier ein richtiger Weg? Und dann Das ist nur ein Rundgang Ok Gibt's denn noch einen Weg außer dem, den man buddeln kann? Glaube nicht Ah, Gegner Jetboot activated Ok Wo war das? Buddeln war da, ne? Ja Ach, du hast schon gebuddelt Ja Ein bisschen Geld Ah ne, das ist deine Plattform Schwer mal Centrifugun needs assembling Find the nitron for ammo Leitling up I got the deposits Lloyd ich bin hier in so ein spinnens gelaufen schlecht könnt ihr mich irgendwie befreien mit der hacke auf jeden fall nicht ich will dich nicht anzünden doch hat geklappt sind das die grundkristalle die wir brauchen nee das ist gewöhnlicher an der das flüchtige oder an gefahr Der Schwarm kommt. all haben wir ein bisschen licht haben hier drin weiter hinten seht ihr die gegner da ist RELOADING! 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 Noch Gegner? Nee, aber die Musik sagt was anderes. Mhm. Ach, ich liebe die beiden Jungs hier. Die zeigen einfach mal, wo wunderschön, wo die Gegner sind. Oh, hier ist... Hallo. Warte mal. Ah, hier ist so eine Perle. Ich hole noch mal kurz mit Munition. Bei den Turmen? Mhm. Da ist ein Nitra. Ja, da ist auch noch ein Nitra. Ist hier oben denn noch irgendwo was? Ja, aber direkt neben der Kapsel bräuchte ich eine Plattform. Ja. Ich komm grad nicht wieder hoch. Kann man markieren wo? Ja, hab ich. Ja, ist alles aufgebraucht. Wenn es einmal komplett auf... Wenn es einmal komplett benutzt wurde, kann man es erstmal nicht mehr nützen. Ach so. Reicht ihr das? Ja. Let's see if you can get me up here, stupid Bugs. Ist aber auch hier ein Boot da. Good times. Where is that? Hetzt du hin? Braucht du dich noch? Ich hab ihn weggerufen. Entschuldigung. Das ist gut. Ob das eine Leitung hätten wir? Gibt es noch was? Machen. Ist doch ein bisschen mutig da an dem Uran lang zu laufen. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass wir Schaden nehmen. Ja, ja. Wenn du zu nah kommst, dann kriegst du auch Schaden. Kannst du einmal hingehen. Wir haben das Schild erstmal. Ja. Ja. Siehst du das. Wir haben jetzt einen Weg gefunden, wo wir weitergehen? Ja. Irgendwo war Erde. Ich glaube. Da. Ja. Hier. Da ist noch was an der Wand. Und. Ein 14 Gold. 0,1 Gold. Noch gefunden. Ja. Hier geht's weiter. Achtung. Hier sind wieder Spinnennetze. Gut, dass ich es gesagt habe. Ich bin nicht sicher, ob ich es jetzt weggemacht habe oder nicht. Oder ob es von alleine weg geht. Gut. So. Keine Tür aus sein. Die Rupe sind die besten Gegner. Nitra. Auf dem Gegner. Auf dem Gegner. Sehr klar. Wir sind jetzt schon durch mit allen Sachen. Eigentlich schon, ja. Aber die Öle ist ja noch gar nicht durch. Großer. Ja, weiter hinten stehen meine Geschütze. Aua. Hier auf meine Geschütze eingehauen. Würde Arsch. Wir können doch jetzt noch nicht aufhören. Der ganze Loot fehlt ja noch. Wir haben ja noch nicht mal alle Wege abgesucht. Hier gibt es auch mehrere Wege. Was? Hier ist ne Abzweigung. Wahrscheinlich. Mal mal links. Oder vielleicht. Hier ist aber direkt Loot. Lass uns den mitnehmen. Ja. Vielleicht auch nur nen Rundweg. Ja. Den Schaden nehme ich jetzt mal in Kauf. Da lag Loot. Und Gegner. Hat da grad jemand auf mich geschossen? Nein. 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 Der Gegner stand nicht mehr in meiner Nähe. Geht's da unten denn noch weiter? Boah, Alter, wie groß ist diese Höhle bitte? Seid ihr jetzt? Links rum gegangen. Gucken, ob es hier weiter geht. Aber ja, es geht hier weiter. Geht ihr nicht gerade zurück? Ne, ich glaube, hier gehen wir nicht zurück. Ne, hier waren wir noch nicht. Kann die Scheiße aber nicht weg machen. Ich lauf einfach vor und nehm alles mit. Warte mal. Ja. Kannst du's abfackeln oder was? Ich glaube schon. Okay. Und das geht übrigens von alleine wieder weg. Okay, wir sind im Kreis gelaufen. Ich wäre euch entgegen gekommen. Okay, dann das ist doch super. Dann sind wir jetzt mal in der Sackgasse. Dann sind wir wenigstens in der Sackgasse gelaufen. Ne, hier rechts rum sind wir jetzt aber nicht gegangen. Ne, hier. Hier ist nix. Bis zum Ende. Na, guck mal nach oben. Ah, okay. Ah, hier ist tatsächlich noch was. Ah, hm. Ganz wichtige Sachen. Nicht immer nur auf den Boden gucken. Ja, ich bin das nicht gewohnt, dass wir jetzt auch noch kommen. Schwarm in coming. Ja, hier ist Loot. Scheiß auf Schwarm. Hier oben sind meine Geschütze. Okay. Wer? Fliegeviecher. Krank hast du noch mehr Licht nach links rüber? Ich ruf mal ne Kapsel, wir haben fast zwei voll. Weißt du, wo meine Geschütze hinruhe, du blöde Sau? Genau. Licht ist alle. Wie warst du's? Nee. Da oben ist noch ein bisschen. Geh, jetzt warst du's wahrscheinlich. Hier unten ist noch Leben, falls jemand braucht. Hier ist auch ne Versorgungskapsel. Achso, okay. Da hinten sind noch mehr Gegner, die zu euch kommen, zur Versorgungskapsel. Also, da vorne sind wir. Det gauer in uns. Zum Echtern nicht. Das war's für Dombard. Das war's für Dombard. Ciao, ja. Das war's für Dombard! Ich war's für Dombard. Ich war's von Dombard! Ils kam aus. Oh! Dann kam' mich raus. es ist nichts und wir sind dann eigentlich diese dinger kann ich hier irgendwas finden du meinst dahinter ist vielleicht wird aber sieht nicht so aus geht es da hinten in der richtung noch irgendwie weiter ja einen nehme ich noch dann war es das hier aber auch ja dann sind wir mal tatsächlich in der sackgasse gelaufen ist ja der hammer müssen wir jetzt ein gutes stück zurück ja zurück wer ist hier durchgegangen ja ich bin schon auf dem weg wo ist er denn glaube ich zumindest dass ich auf dem weg bin mark hier mal wo bist du ich bin hier aber wir sind hier auf dem richtigen weg könnte aber sein dass ich gerade im kreis laufe ich weiß es nicht wir müssen hier runter ja ich glaube ich laufe im kreis ja ich bin im kreis gelaufen ich glaube es gleich aus hier ich glaube schon dass das hier der richtige weg ist wenn ich laufe wir noch einfach aktivieren und dann werden wir noch werden auch eine höhle wir sind ja nicht mal annähernd durch gewesen vielleicht bin ich aber auch im kreis gelaufen hier ist ein gegner auf jeden fall wenn ihr mal markieren wo seid ihr ist ein loch hatte ich würde ich hab ach so das ist ein loch von unserer versorgungskapsel das sehr frech wo bin ich ja ich bin neben dir ob die jetzt in meine richtung das wäre ein richtiges spiel für kerstin l so richtig first person kann man wie kann man sich nur verlaufen schöne grüße an der stelle der jetzt gegenseitig angeschossen ihr trottel einfach ein schild das liegt doch wieder witzig wir haben hier zwischenzeitlich wohl eine kapsel gerufen die sich hier einfach durchgebohrt hat durch die ja ja da bin ich reingefallen hier sind wir auf jeden fall richtig jetzt sich die die ja wie jetzt frage ist wo jetzt ich glaube es gab hier nur einen weg wie hier gab es glaube ich nur einen weg den wir gehen und vermutlich hier ja hier stand nämlich meine dinge und dann kommen wir irgendwann zu der schlucht und da haben noch zwei andere wege gehabt ist jetzt passiert da eben gerade wasserstoff geatmet oder wasserstoff das ist nicht die schlucht glaube hier müssen wir lang oder sind jetzt gerade im kreis gelaufen mir fehlt auch so nicht klar das ist ein rundweg hier mir fehlt so ein bisschen die möglichkeit zu sagen so ein bisschen die möglichkeit zu sagen so wie lasst du mal eben markierung gesetzen ja oder es wäre schon sehr hilfreich mein mann ist natürlich nicht komplett lost aber man kann sich ja nicht komplett verlaufen durch den juli andererseits wenn man jetzt zum beispiel mitten in der mission ist kann man so natürlich auch nicht schließen hier ist noch ein weg dann gehen wir doch den müssen ich hoffe ob wir von ihr gekommen sind wir liegen dafür keine lampen hat doch schon gesagt eine höhle hier ist ja doch hier das war doch die schlucht oder ich glaube hier das ist der weg zurück die richtung so und das ist die schlucht und da unten okay vielleicht ziehen wir uns hier irgendwo mal eben sinnvoll zurück vielleicht wieder auf zurück da hinten hin ja sie kommt von hier zumindest teilweise ich habe meine kumpel länger nicht geholt die brauchen ein bisschen um nah hier zu kommen nachdem sind wir sind ich bin ist ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich werde das jetpack vermissen irgendwas hat mich angegriffen irgendwas wird das wohl gewesen sein erfolgreich drei legendären zwerge dann schauen wir mal was wir uns jetzt alles gönnen können wir haben das abgeschlossen ich glaube das waren die saison sachen unten ja hier schauen das ist wichtig okay da ist nichts neues keinen neuen bürgs schade kosmetik laden sind neue gegenstände und da habe ich gar nicht nachgeguckt gibt ja auch kosmetik aber da kann ich gar nichts aussuchen wie wahrscheinlich muss denn der kosmetik laden überhaupt das nicht hier der laden direkt neben der missions auswahl die laden das geöffnet aber da braucht man hat irgendwelche lila kristalle für wir nicht haben ja gut dann hat sich das schon erledigt aber wo ist denn die saison sachen waren hier da script haben wir gekriegt was auch immer ein script ist die können wir wenn du oben bei der saison links auf kannst du auf kosmetik baum gehen dann können wir das ausgeben eine münzglatze geil klubs kann man dafür nutzen ja das sind halt diese ganzen saison passgeschichten und so finde ich nicht so interessant das hier ist gerade wichtiger ausrüstung gönnen wir jetzt hier richtig ordentlich und ich habe ja eigentlich schon alles auf stufe zwei ich kann da gar nichts großartig dran machen ich wollte auch die verraten streuung dafür brauche ich die roten kristalle mit grünen punkten die haben wir noch gar nicht gehabt die anderen haben wir alle brauchen eine mission mit roten kristallen und grünen punkten die haben wir noch nicht freigeschalten oder weiß ich nicht ob wir die noch nicht freigeschalten oder ob wir einfach noch keine gehabt haben oder hätten und nehmen können keine ahnung ich habe mir jetzt auch mal eine andere granate gekauft also wir können das neue auswählen aber tatsache ist wir haben diese roten kristalle kristalle kreis reichweite exe das hin und her keine ahnung auf jeden fall können wir jetzt demnächst wieder weitermachen bedingen oder als nächstes weitermachen mit den kristallkavern das nämlich jetzt freigeschaltet wurden Und da haben wir drei Missionen zur Auswahl Ja, okay Dann an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Reinschauen Ja, wenn es euch gefallen hat gerne ein Like da lassen gerne mal kommentieren wieder und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge macht's gut und tschüssi Tschüssi Outro